Ja, es ist schon... Ich will dich ja haben. Größer Level 3. Ist mich ein bisschen doof. Glück bist du noch ineffektiver als ich. Ich mag eigentlich Bebor. Das Pokémon. Und vor allen Dingen relativ einfach zu entwickeln. Also hier können wir ein Pokoddinges werfen, ne? Vorhin noch, wie viel wäre der Pokéball? We call the Weedle! Bruma. Gut, die gute Bruma. Und to sell Evolution Service. 20k. Aha. Kannst du dich auch handeln, okay. Wer bist denn du? Bist du aus die Mama? Gehst du in Beryllian? Bald. Es ist ein natürliches Irrgarten dort drin. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Ja, okay, mach ich. Gib ich mir Mühe. Ich bin herkommen mit ein paar Freunden, um Käfer-Pokémon zu fahren. Aber sie wollen alle nur in ein paar Kämpfe. Oh je. Ah, mein Raubbeam. Äh, okay. Was allerdings, äh, Level 6 ist. Bist du okay? Meine Stimme ist falsch. Du musst dich nicht trainieren. Pack, pack. Und fangen wir jetzt durch das Pack aus. Ja. Pokémon. Pokémon. Eigentlich schön. Aber das habe ich jetzt nicht mehr dabei, weil ich hatte aber auch schon voll. Genau. Gibt's die Video hier? Na, tu. Warum können die Psycho-Pokémon reden? Ja. Komm, komm. Ja. 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 Cherry Berry Tree. Moment mal, sind die Berries nicht? Backpack. Cherry Berries. The Pokemon Home Zone Recovered Paralysis, ok. Poisoning. 10 HP. Wenn ich jetzt Foto gebe, heilt das direkt. Eigentlich wollte ich wissen, wie ich das hier gebe. Rechtsklick. Rates with it. Angel Brave Ability Torrent. Haha, draufziehen, da geht's klar. Und we raise the level of a single Pokemon by one. Das sollte ich mir später aufheben. Äh, hier. Wechsel einfach mal. Ah, da war's. Take it. Take it. Ein Pokeball. Bam... Bam 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 Weil es gibt viele Spiele. Relativ viel Happy Core 1994 Die sind auf jeden Fall im höheren Level, aber genau so nervig. Aquaknarrin, Wasserkanone. Hau raus den Scheuß. Piep, bim, 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 bim. Ich darf ihn wieder zurückhalten. Piep. Gucken wir, wenn wir jetzt hier durchkommen. Oh, da steht noch jemand. Wer steht denn da noch? Ganz fast vielleicht klein, aber du schätzt niemals sein Wicked. Weiß ich gar nicht, wie Wicked wir setzen, sein Biss. Hast du schon eins gefangen? Ah verdammt, ich wollte mal meine Raubi reinnehmen. Ah ne, Habitag statt Raubi, ich schaust drauf. Ein Käu für Pokémon reicht. Ich hab sogar schon zwei eigentlich. Dieses Schwäberachs ja auch hier für Pokémon. Pickaberrys. Äh, waren die Pickaberry in die zum Halen? Ne, Poison war das. 10pp, 30pp, move during battle. Okay. Whatever. Wer bist du? Get Pokémon and I run out. Okay. Du kannst niemals zu viel Pokéball dabei haben. Ah, okay. Oh, Oli! Äh, Jooo. Alles klar. Wer kommt einfach mal in... Hondi, oder nicht ein Hundio. Ibo. Aua. Aua. Stop this. Pick zurück. Ja. Das war knapp. Holy fuck, ist das Ding stark. Jo. Ja. Verdammt, ich bin dumm. Auch gut, wenn ich nur noch meinen Hut-Hut geheilt habe gerade. Hey, du hast Pokémon. Los, kämpfen. Wird ein Typ. Ich bin aber vielleicht nicht kannten, Wird ein Typ. Ach, der ist einfach giftig. Ah, das ist ja geil. Sehr schön. Ich hab bitte die Andi-Polzen bei mir. Stimmt. Perfekt. Weg. Ja. Verdammt. Perfekt. Nein. Caterpie can't hack it? Okay, whatever. Ähm, ich brauch hier noch eine Portion. Für die guten da. Pikachu? Man kann hier Pikachus fangen? Ist klar. Pokémon. Äh, ne. Okay. Das glaub ich okay. Das glaub ich okay. Die sind getauscht worden. Da bin ich auf mein Wasserstuhl getauscht worden. Die sind getauscht worden. Die sind getauscht worden. Kann man schon nicht töten. Ach, Gott. Du blödes Deppenviech. Ich wolltest fangen. Verdammt. Du kannst... Du kannst nicht jammen in Pokémon... Ah nein, du kannst es nicht ablehnen, wenn du Pokémon trainierst. Warum den Poison Sting uns geht es zu Tode? Das nehm ich nicht sehr tief. Ja, den hat er zuerst verwundet, äh, vor Vergifteteiligung, ne? Oh, das ist so schön. Flop. Ich glaube Poison... Wie hier können nicht mehr Vergifteteiligung spielen? Weil man sagt, Poison hat keinen Effekt. Er fehlt aber im Effekt. Also... Ach, Wutda... Die Animation hier kommt ein Stück verspätet, deswegen. Ich hab hier noch voll irritiert. Ich krieg' ihn jetzt, aber nur noch da. Ok. Wir holen das ein Stück verspätet. Ich muss das aber nicht kurz überlegen, weil ich zwölf verpänt habe. Jaaa! 76 Erfahrungspunkte. So, das können wir hier austauschen. Sollte vielleicht mein Habitat ein bisschen drinnen, damit kann ich das hier auch dagegen einsetzen. Dann haben sie ja auch eine fliegende Antrecke. Jetzt die Frage. Bist du so ein gefallenes Ding, das nichts kann außer haben? Wie sieht es aus? Die Verteidigungsrose. Die Verteidigungsrose fällt an. Habitaker ist eine ganz gute Tech-Up, wenn man sie besorgen. Warum? Das ist doch kein Habitat. Das ist doch ein Taubsee. Pitchy ist doch Taubsee. Das ist auch ein Taubsee. Sieht doch komisch aus. Das kleine Bild hier ist nämlich kein Taubsee sondern ein Habitat. Was zur Hölle? Was habt ihr getan? Und warum? Warum? Ich raff's nicht. Wuuuh. Wieder was zum... Gegengift. Sehr schön. Ähm. Äh, okay. Wann kann ich da reingehen in den... in den Dingensbums? Okay, der kann ich was anbieten. Ups, da kann ich aber wieder eins drücken. Eins, 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 eins. Und das nächste Vorrunde. Level 5. Dankeschön. Das ist halt echt gut vom Level. Oh. Das ist ein Honigbaum. Okay. Ich wünsche dir ein bisschen Honig im Baum. Ach, ich nicht. Weil ich vermute mal, ich kann ja irgendwie Honig machen an dem Baum, wenn ich irgendwas kriege. Bin ich jetzt schon durch? Wenn ich nicht, oder? Aber sehr schön. Dann kann ich wieder trainieren. Kokona ist halt. Och, nice. Oh Mann, hab ich jetzt... Ich hab ja keine Windertage. Hallo. Oder? Sand Attack. Braunt Attack. Da sind was inzwischen aber auch hier in dem Spiel. Schaden, glaube ich. Oder? Kann ja auch schon mal gucken. Ob die Sand Attack. Damit schmeckt? Ja, da ist genau nicht kalt. Da ist früher auch frei. Dann hatte ich mich etwas in den Spielkunstern. Ich bin ein bisschen mitgelebt. Ich bin ein bisschen großartig. Ich bin ein bisschen verlinkt. Aber ich bin sehr viel ohne aufzubilden. Dann gehe ich auf jeden Fall und nach Hause nicht in die Form kommen. Und dann gehe ich nicht aus. Und dann eine Rolltage. So. Musst du das Pokémon so entwickeln können? Oh Leute, ja wusste ich. Aber mach ich mal deinen Twigeln dazu, dass du das meinst. Aua. Habe ich denn, habe ich denn mit Behera? Oh, ich werde noch jemanden pauschen. Wieder eins gedrückt anstatt alles normal zu machen. Moment, du bist doch wieder so ein Pseudo-Ding. Du kannst hier sogar Honio einsetzen. Kannst halt eh nix. Voll dieses Ding. Wir verbrauchen einfach alle unsere Attacken auf alle Pokémon. Aber wir kriegen jetzt tot. Wenn wir mindestens ein Damage machen pro Attacke. Ah, jetzt haben wir sogar noch vergiftet. Sehr gut. Damals haben wir sogar doppelt so schnell wahrscheinlich. Ist hier bei Shredding Skin, damit ist Poison weg? Krass. Den Vieh kann sich von Vergiftung heilen. Schweinerei. Oh, ich habe verloren. Oh, du hast verloren. Ah, du bist noch mal ein Camper. Camper Dude. Oh ja, wo geht's denn hier hin? Ist hier hin? Hier geht's nicht. Da bin ich gar nicht drin. Shit. Bepasst. Hier leg ich auch mal dran. Und jetzt hier. Ah ne. Wir haben ja auch ein Will-Catapile. What the fuck? Ah. 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 Ich will hier wieder mit einem HP. Ah. 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 Ich will hier wieder mit einem HP. das sind die dünnen Bäume auf der Straßenseite die können zerschnitten werden besondere Move ich hab grad die Nidoran gefangen aber ich möchte Nidorina hab ich leider nicht viele Pokémon leben in den Höhen du musst geduldig sein und überall schauen ohne unterschiedliche zu fangen jetzt bin ich doch in der nächsten Stadt oder? genau in dem komischen Ding davon hier wird aber auch wieder gefarmt das fuck wo ist das? das ist ein Pokémon-Setard, sehr schön kann man dann auch für Jenny dann kämpfen oder was? yes please hi-bub-bu kannst du hier wieder das testen? ja Hidden Powers ich kenn den Dinosaurier schon alle krass das ist jetzt sozusagen so ein Zusatz-Element das die dann lernen können oder dass die Attacken da lernen können also ich vermute mal ich muss mindestens Level 12-13 werden damit ich irgendwas schaff in der Arena oder so da ist Rocco ich werde hier nicht kämpfen ich werde hier nicht kämpfen ich triff mich in der Arena okay und hier schon was Neues? da möchtest du heute Pokéball, Antidote, Escape-Rope das ist ja keiner weiß ne da muss ich nicht Escape-Rope da ist die Arena 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 Badge to claim any free items come back am Verschwinde der immer darf ich den nicht anreden wenn ich das nicht der passende Badge habe? das ist ja oder ob man irgendwie morgen zurückkommen komm ich denn da hin? oder hier kann ich doch lang oder? jawoooi ich habe jetzt Haufen Bäume die nicht geschüttelt werden Appleta getrunken sehr schön Blub, 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 blub. Oh, 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 oh. Die ist echt echt ganz cool. Die ist nicht komplett original, aber sie ist nah genug dran. Zu, sei, mit Jedwann, oh. Ich würde jemanden sehr, sehr kreativ nicht. Okay, ich schalte das bisschen groß. aber hätte ich denn doch gern irgendwas tun. 2 Toss, Seismic Toss. I'd like to learn Seismic Toss for 2.000. Wir sind Seismic Toss. Eowulf, äh, nee. Okay, kann man ja das. Eat Brock, okay. Catch a Pikachu. Teach a Pokémon Headbutt. Catch a Pikachu. Yes. Ich hoffe, ich finde noch eins. Und hab nicht grad mein letztes gekillt. Wie bist du denn? Äh, ja, okay, Pokémon ist einfach zu fangen mit Statusproblemen. Schlafen, Vergiften, Brennen, Paralyse, das ist ein Alternativ. Aber Pokémon fang ich nicht mehr, was ich aus. Okay. Wie du schüttest du im Cast? Pokémon lernen neue Techniken, wenn sie wachsen. Aber manche müssen ihnen beigebracht werden. Okay. Hopp, 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 hopp. Ist hier auch Pikachu? Entschuldigung. Leave me alone. Hör zu, ich muss diesen Brock, als ich mir grad den Boden gewischt und ich hab dir nicht verhoben. Aber du siehst cool aus. Was ist das Kerl? Ist das dumm? Ist das dumm? Weil du... Ich hab mir vorher Pokémon gemacht, ich weiß nicht warum. Guck mal. Ach, was das ist der Karte? Es ist nicht sehr effektiv. Guck mal, da kann man jetzt den Fingern ziemlich gut sein. Ne. Wie kratz dich? Und ich tue dir was ins Gesicht, das der Flamme ausgeht. Nummer 7. Nummer 9. Äh, da. Oh, das tat weg. Das tat weh. Das tat weh. Pssst. Holy shit. Das wird nicht gut gehen. Äh, hier. Ratz-Ratz. Du schaffst das. Doch Minis ist es nie an Level 10. Das war nicht schlau. Quick attack. Reif mich. Shit. Ich bin ein Flugangriff. Äh, ja. Hier lebt der ersten Angriff. Wenn ich einen Flugangriff habe, nehme ich nicht. Ist ein Flugangriff. Ja. Ja. Pssst. Ähm. Alles. Der ist nur ein bisschen knapp. Vielleicht muss ich einen Pokémon mit einem anderen Typ kriegen. Ja, oder vielleicht muss ich einfach noch ein Stück mehr trainieren und nicht die Leute einfach kaputt machen. zufällig vorbeikommen. Äh, lauf. Dankeschön. Tja. 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 Oh, da nur mit dir reden. Ich kriege direkt das Maul von dir. Können wir doch nirgendwo was finden. Da hab ich einen Dickdreh gesehen. Upp. Kann ich nicht mehr mit einem Chatfenster hin? Schrecklich. Aieieieieieieieieiei der hat... aber er hat Wintertan genutzt. Die Feuerearthagen? Logisch. ist das dumm. Ja, bitte. Dankeschön und tschüss. Tschüss, Genie. So, ich will aber eigentlich nur in den Wald gehen oder versuchen, um Pikachu zu fangen. Ich weiß nicht, ob ich hier Pikachu nicht anfangen. Okay, natürlich. Pikachu und Elektropokémon sind am Anfang immer relativ angenehm gegen Flug und Wassergegner. Und dass wir da irgendwie drum herum arbeiten. Immer zurück in den Wald, weil ich glaube, da habe ich eigentlich alle besiegt. Auch nicht alle Tränen, aber besiegt. Nein, die Tränen bin ich. Ich habe vorbeigelaufen vor. Hey, was war? Warum so eilig? Warum bleibst du nicht ein bisschen? Weil du nur ein Horn, du hast Level 9. Du bist doch der, deswegen bleib ich nicht so lange. Ich werde dich einfach totpicken. Wie du siehst, das ist natürlich sehr effektiv. Wenn du mich vergiftest, du würdest etwas... 57 Pokadon auf das Gewinnen. Geht's aber, ja, rundi, 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 rundi. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also, ob ich das Gewinner nicht erhält. Probieren wir uns. Ist eigentlich klappt. Wenn ich nicht wieder 1-1 drücke, sondern 1-2. Hm? Wiratmen! Ja, schön, gewonnen! Düm, 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 düm... Achso, ich wollte auch noch nach rein, genau. Ich sehe mich bei dem Spinnerer wieder wenig erfahren, aber viel Geld. Das wäre jetzt mal interessant. Heberrack. Ich hoffe es nicht. Fekko. Du dürfst jetzt gerne mal deinen Windstoß lernen. Ich dachte eigentlich, du hast einen einstelligen Bereich gelernt. Eigentlich ging das mit einer Erfahrung diesmal. Habe ich noch eine Beere gegen... Gift. Hier. Hoopsie. Das ist doch noch etwas Päusend. Uh, das ist noch Päusend. Keene Eye. Holy Nature. Brave, brave, rash, naughty. Ich kann jetzt die Laune sehen. Aha. Hier und das was halten. Du auch. Wirst du zwar nie brauchen wahrscheinlich, aber du darfst es halt. Das macht glaube ich Pokémon glücklicher, wenn ich mich nicht irre. Get 100 Minuten schengeln. Doe auf! Ja, auf! Äh! Bis zum nächsten Mal.